Meine Damen und Herren, Geh Deinen Weg! Dieser Projektname ist zugleich Programm. Seit fünf Jahren hilft die Deutschlandstiftung Integration jungen Menschen mit Einwanderungsgeschichte, ihren Weg zu finden. Sie stellt ihnen Mentoren zur Seite, gemeinsam mit ihnen öffnen sich viele Türen, die sonst verschlossen blieben. Denn jeder junge Mensch muss die Chance haben, seine Fähigkeiten zu entwickeln und Talente zu entfalten. Das ist für jeden Einzelnen ebenso wichtig wie letztlich für unser Land. Wir brauchen engagierte und motivierte Nachwuchskräfte. Sie sind in der Wirtschaft genauso gefragt wie in den Ministerien und der Verwaltung. Sehr gern bin ich daher Schirmherrin der Deutschlandstiftung Integration. Ich danke allen Beteiligten, besonders den Mentorinnen und Mentoren. Ihr Engagement ist Kern des Programms. Sie helfen den Stipendiaten und Sie helfen uns allen. Denn Sie fördern ein Miteinander, in dem Vielfalt an Wissen und Können ganz selbstverständlich gelebt wird. Sie stärken den Zusammenhalt in unserem Land. Liebe Stipendiatinnen und Stipendiaten, ich gratuliere Ihnen, dass Sie jetzt Teil der Initiative Geh Deinen Weg sind. Vor Ihnen liegen zwei spannende Jahre. Ich kann Sie nur ermuntern. Nutzen Sie die Chance, die sich Ihnen bietet, um Ihren Erfolgsweg zu finden und voranzukommen. Wer weiß, vielleicht steht später auch mancher von Ihnen wiederum anderen jungen Menschen als Wegbegleiter zur Seite. Welche Wege auch immer Sie einschlagen mögen, ich wünsche Ihnen Ausdauer und einen verlässlichen inneren Kompass, um Ihre selbstgesteckten Ziele zu erreichen. In diesem Sinne, alles Gute!